Alle dear Naren and Naren, nicht die Vereinigten Staaten von Amerika, ja nicht einmal der gesamte Kontinent Amerika, nein, ein kleines Städtchen im Herzen Europas, das ist ihre Heimat, nämlich Elsnitz Dark Town und überraschenderweise treten sie heute auf als Boche und Hardy! Kaninemarie, Sunset, Going down in the West, I'll be better in the sky, It's another day goodbye! Perl, Kennau, kennt ihr noch? Kennt ihr noch? Wir begrüßen euch heute hier live im Lonesome Kattenwicken Country Flashlight Brownine Honeymoon Saloon. Wir beide verdienen uns ein paar Mark zusätzlich als Kellner hier. Und ich sage euch, es geht mir fast zu, wie zum Vorausschreit beim Grand Prix de la Eurovision de la Chanson de la Champignon. Die Prominenz gibt sich regelrecht die Klinke in die Hand. Und Klinke vergessen, Chanson. Aber, geht nicht mehr zu Leuten. Eins muss ich noch erwähnen, geflogen über den großen Teich sind wir mit unserem Sportlohr Interflug. Die T-Shirts haben einen Nachteil, sie tragen unheimlich auf. Und wir präsentieren euch nun nach so viel Anmut, Grazie und Schönheit noch etwas ganz Hässliches, nämlich uns. Und hier auf dieser Gala in unserem Saloon habe ich natürlich versucht, ein paar Herren vor mein Mikrofon und ein paar Damen unter meine Bettdecke zu bekommen. Und eine von diesen Wahnsinns-Frauen kennt ihr alle ganz genau. Sie ist klein. Sie ist dick. Sie ist so klein. Und so dick. Dass es besser ist, man springt über sie hinweg, als dass man erst drum herum läuft. Sie trägt gern rosa. Und unter dem Motto totgesagte Lieblinge präsentieren wir euch nun Miss Vogtland Regina. Ich geh auf Wunnen, ich köpfe dich. Ja, ja. Genau. Gustav, wieder. Ege, ege, halten wir uns nicht. Ja. 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 Gut, dann geht's wieder. Ja. 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 Auf dem Gericht bin ich zu Hause mit jedem Nachbar. Hab ich freit. Ja. Ja. Sogar, wenn ich seh'n, tut man das gern seh'n. Heute kennt mich jeder, ein und ein. Ja. 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 Herab ich danke Ihnen, ich seh Paris und bin ein Held. Und auf jeden Fall. Na, Herbsenstrau, herab ich danke Ihnen, ich seh Paris und alle Welt und auf. Regina, Regina, die Leute klatschen hier, ich sag mal Regina, unheimlich viele und unheimlich schöne Frauen haben diesen Song schon gesungen. Ich denke nur an Tammy Wynette, Rwanda Jackson, die nicht zuletzt die Heike Mapp hat, aber bei allerlieben Regina, so eine abgetakelte Frigate wie du, die war noch nie dabei, oder? Jawohl! Sie böser Mensch, Sie, wer sieht Sie denn überhaupt? Sie hören nicht, Sie sehen uns auf dem Gericht wieder. Was ich hier noch darstellen wollte, so ein Sound ist ja wohl mehr wert als so ein angeflogener Strauch. Und außerdem wollte ich ja noch ein Geheimnis verraten. In dem Lied, ich singe da gar nicht. Ich werde da bloß so vom Ball immer eingespielt. Singen, singen tut nur Herab. Aber mein Konto wird deshalb trotzdem im Unterdecker. Deswegen konnte ich mir jetzt auch hier diese schöne Reiste reißen. Oder wie das heißt. Reise reißen nach dem Staaten hier. Ich geh mal wieder hier. Mein Name ist Karl. Karl Moi. Und ich möchte hier mal einiges klarstellen. Viel Wahres und Unwahres wurde bisher berichtet. Aber eigentliches Fakt. Ich habe in meinem Leben viele nützliche Dinge erfunden. Zum Beispiel dieses. Das Mai-Bock. Oder dieses. Das Mai-Klöckchen. Nicht zuletzt meine größte und teuerste Erfindung. Das Mai-Sender Porzellan. Scheiße. Wieder ein Tausender im Arsch. Nichts zu tun habe ich hingegen. Mit Mai-Nelken. Mai-Demonstrationen. Und dem Lied. My Bonnie is over the ocean. Allerdings. Und das gebe ich ehrlich zu. Bin ich Hauptaktionär. Beim Computer-Riesen. Mai-Krosoft. Genau wie der da. Mai-Kumpel-Bock. Ja, kann denn das sein. Das ist doch der Kau-Mai. Ja, sag mal, Papa. Du hier. In Eisenhetz. Und sag mal. Wo ist denn der andere Dude? Dieser Saufzuten. Der Honi. Der sucht einen Platz, wo's Bier gibt. Muss eigentlich ein guter Korn. Ein guter Korn. Ein guter Korn. Mein Kumpel, der Honi. Dieser geizige Hund. Er kriegt ihn nie voll. Er kriegt ihn nie voll. Seinen gierigen Schlund. Er hat seinen Albtraum. Den erzählt er nur mir. Dass er steht an der Bar. Der wird hat kein Bier. Ja, er steht an der Bar. Der wird hat kein Bier. Der wird hat kein Bier. Wasser. Der wird hat kein Bier. Da steht an der Bar. Der wird hat kein Bier. Wer hat keine Müller. Der wird hat kein Bier. Der wird hat kein Bier. Wir haben zwei Frauen, die sind lieb und nett, und sind wir magvoll, gehen allein sie ins Bett. Dann wären wir gern voller, drum bleiben wir hier, doch wir stehen an der Bar und der Dörf hat kein Bier. Wir stehen an der Bar und der Dörf hat kein Bier. In der Sitzung faschen, da geht es heiß her, man knuschelt, man lächelt sich und säuft alles leer. Und wenn es dann aushält, bis morgen zum vier, ja da steht an der Bar und der Dörf hat kein Bier. Ja da steht an der Bar und der Dörf hat kein Bier. So grausam kann das Leben eines Karnevalisten sein. Kennt ihr das auch? Ihr steht an der Bar am morgens um vier und der Dörf hat kein Bier. Kennt ihr das? Dacht ich mir. Bier haben wir auf all unseren Suchen keins gefunden. Wir haben diese heilige Stadthalle von Kofen bis unten durchleuchtet, aber eins haben wir gefunden. Dieses literarische Kleidwort. Es handelt sich hierbei um zeitgenössische Lyrik von Lothar Sapper und Roland Krüger. Lothar Sapper und Roland Krüger, euch allen vielleicht besser bekannt als Sapper Loth und Krüger Rohl. Mit dem sagen und ruhigen Titel Augen auf beim Flaschenkauf. Wollt ihr es? Hören an! Das haben wir befürchtet, aber sei es drum. Wir haben doch mal. Jetzt guckt mal bitte eure Tischnachbarin an bei der Gelegenheit. Es geht los. Ich zittretiere. Ich sitz am Tisch beim Karneval. Und Frauen gibt es hier überall. Ob groß, ob klein, ob blond, ob braun. Wie sind sie lieblich anzuschauen, doch hässlich ist. Ich schau sie an und denk bei mir, du kaufst ja erst mal Schnaps und Bier. Nach einer knappen halben Stunde hatte ich die fünfte Runde und plötzlich stellte sich heraus. Anfangs sah sie schlechter aus. Also ging ich sonnenklar mit Riesenschritten an die Bord. Und danach wusste ich ganz genau, noch nie sah ich eine schönere Frau. Und die Moral von der Geschichte mit Klaustau, da geht das nicht. Denn liebe Freunde, ihr werdet mir recht geben, Klaus Thaler ist das Bier für Loser. Für den ewigen Verlierer und so einen kennt ihr ganz genau. Er heißt Sloopy, er hängt immer um und neben ihm fängt er jetzt, bitte Herr Generalmusikdirektor. Stoopy war ein Loser, der größte in der Stadt. Und alles ging daneben, was Sloopy angefangen hat. Und alles ging daneben, was Sloopy angefangen hat. Sloopy täte dir die sehen, bin's auch nicht so schwer. Sloopy, du bist schon im Auto und vergeteilt mehr. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Schluch Vieh, Schluch Vieh, anno. Und gerne, ich hab noch die Situation, die in der Före abzüllen. Zunge ich mir, die Dich will ich schützt. Hey, noch zu mir, zu mir her, come on, come on. Hey, noch zu mir, zu mir her, come on, come on. Hey, noch zu mir, zu mir her. Hey, noch zu mir, zu mir her. Hey, noch zu mir, zu mir her. Ich geh jetzt einfach mal zur rechten Seite nach oben. Hey, noch zu mir, zu mir her. Hey, noch zu mir, zu mir her. Hey, noch zu mir, zu mir her. Wir bei MoZEV haben einen neuen DJ. Wollt ihr den mal sehen, Mann? Theo, bring da rein! Für DJ Bobo einen riesen Applaus auf DJ Bobo, auch genannt Ernie. Yo Leute, das ist unser Ernie, bitte. Und Ernie hatte ein großes, kleines Problem. Er war nämlich früher bei GfK in Gersthoff. Und ich muss mal sagen, wir haben ihn nicht direkt gemobzt. Deshalb haben wir heute für den Ernie hier noch einen kleinen Überraschungsgast. Der Ort, bring da rein! Ja, da schaue der Uwe. Er hat auch seine Finger überreintritt. Ich möchte reden! Liebe Nerinnen, liebe Nernen aus Elznitz, ich übergebe euch feierlich unseren Ernie, den wir jahrelang in Gersthoff aufgebaut haben. Ja, da schaue.